Heute habe ich meine Top 10 Frühlingsparfums für euch. Bis gleich! Hi ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Alle neuen Zuschauer sind auch sehr herzlich willkommen hier. Ich bin Jasmin und ich quatsche hier sehr gerne über die wundervollen Themen Parfums, Duftkerzen und Duftwachse. Im heutigen Video habe ich euch meine Top 10 Frühlingsdüfte mitgebracht. Ich freue mich schon wie Bolle auf den Frühling. Er wartet um die Ecke, ich kann es kaum erwarten. Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich eher, was Parfums und Raumdüfte betrifft, im kalten Herbst, Winter zu Hause. Aber so Anfang Februar ist dann doch die Zeit, da sehne ich den Frühling herbei. Allgemein, weil ich dann vom Winter die Schnauze voll habe. Ich habe von den schweren Raumdüften, von den schweren Parfums die Schnauze voll. Ich sehne dann wirklich den Frühling herbei, gerade was Parfum betrifft. Dann kommen die schweren Düfte weg. Es kommen eher floralere Parfums zum Einsatz, leichtere Parfums. Ach, ich freue mich da so, so dermaßen drauf. Und natürlich, wie letztes Jahr, habe ich auch dieses Jahr für euch meine Top 10 Frühlingsparfums. Los geht's mit dem Video. Der erste Top-Favorit für den Frühling wäre Skin von Clean Reserve. Ja, das ist eine absolute, absolute Liebe von mir. Die, die mir schon länger folgen, die wissen, dass ich liebe Skin von Clean Reserve. Oh Gott, ich finde den so schön. Wir haben hier einen Moschusduft. Es ist für mich aber wirklich der schönste Moschusduft, den ich bis jetzt gerochen habe. Da wir hier eben nicht nur diesen Moschusduft haben, sondern wir haben noch schöne andere Noten mit dabei. Ich muss dazu sagen, ich finde diese Moschusnote mega schön, da sie nichts Seifiges hat. Das ist eine wunderschöne Moschusnote. Wir haben hier auch florale Komponenten drin. Gott, ich finde den so schön. Wir haben hier aber auch Salzkaramell drin. Ich glaube, ein Hautakkord ist hier drin und das kriegen wir mit diesem Duft auch. Wir haben mit Skin einen wunderschönen, nicht seifigen Moschusduft, der begleitet wird von einer sehr weichen, eher zurückhaltenden, floralen Komponente. Dann hat er wirklich, finde ich, so was leicht Karamelliges, was hier mitschwingt. Der hat auch definitiv so einen ganz zarten, salzigen Akkord drin, aber der ist jetzt nicht sehr präsent. Ich nehme ihn aber wahr. Und ich würde schon sagen, dass hier so was wie Hautakkord mitschwingt. Zumindest bekomme ich so was auch. Skin ist für mich ein Duft, der auch in die Richtung Your Skin What Better geht, meiner Meinung nach. Und der hat wirklich für mich etwas von Eigenduft der Haut mit drin. Ich sagte ja schon mal, ich finde, der Eigenduft der Haut hat so ein bisschen was Süßliches, aber auch so was Zartsalziges. Und ich finde, das kriegt man mit diesem Duft auch. Dann hat er wirklich noch so einen leicht Karamelligen Einschlag, aber nur leicht. Das ist jetzt kein Grumont voll auf die Zwölf. So dürft ihr das jetzt nicht verstehen. Ich finde den fantastisch. Der ist richtig schön. Der hat auch eine schöne Süße mit drin, ist aber nicht zu süß. Und ich finde, durch diesen leicht Karamelligen Aspekt, der hier mitschwingt, driftet der so ein bisschen in die Richtung Gourmand ab. Jetzt nicht sehr extrem. Es ist für mich kein Gourmand Duft. Der hat aber einen ganz leichten, gourmandigen Vibe. Ich finde den ganz toll. Das ist eine absolute, absolute Liebe von mir. Ich liebe Skin. Der geht für mich auch das ganze Jahr, finde ich. Da der nicht zu schwer ist, nicht zu penetrant ist. Ich finde, den kann man auch gut im Sommer tragen. Ich würde ihn jetzt vielleicht nicht bei 40 Grad im Schatten tragen, aber ich sagte ja schon mal an so Sommertagen, wo es jetzt nicht ganz so heiß wird. So 25 Grad. Meiner Meinung nach dürfte es im Sommer auch nicht wärmer werden. 25 Grad reicht mir im Sommer völlig. Da geht der auch. Den kann man immer tragen. Mit dem eckt man nirgends an. Der ist ganz, ganz toll. Die Performance, die Haltbarkeit auf meiner Haut. So lala. Ich habe so fünf Stunden ungefähr. Dann verabschiedet er sich leider so langsam. Ich sage es nochmal. Ich beneide alle, die um die sieben bis acht Stunden mit ihm bekommen. Ich wünsche, das wäre bei mir auch so. Der Duft ist so toll. Das ist eine absolute große Liebe von mir. Und definitiv ein Top Ten, was die Frühlingsdüfte betrifft. Definitiv. Der nächste Duft wäre ebenfalls von Clean Reserve. Und zwar Radiant Nectar. Ja, den finde ich auch so wunderschön. Radiant Nectar ist ein wunderschöner Birne-Moschus-Duft. Ich finde den so schön. Ich finde den ganz toll. Wir haben hier eine sehr saftige, juicy Birne. Sehr süß. Und eine wunderschöne Moschus-Note mit drin, die aber auch nichts Seifiges hat. Hier ist auch meine Tabakblüte drin. Ich finde, das riecht man. Obwohl der sehr süß und saftig ist, hat der so was ganz zart, kratziges drin. Aber wirklich nur ganz zart. Ich denke, das kommt durch die Tabakblüte, die hier drin ist. Der ist süß, fruchtig, 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 aquatisch. Der ist ganz toll. Und ich finde, dass diese Birne hier drin schon so ein bisschen was Überreifes hat. Weswegen ich so eine leichte, verwässerte Honignote wahrnehme. Obwohl die gar nicht gelistet ist. Ich denke, das kommt wirklich dadurch, dass diese Birnenote hier drin wirklich schon so ein bisschen was Überreifes hat. Dann sind die Birnen ja sehr süß. Und das weckt dann wahrscheinlich die Assoziation zu verwässertem Honig in mir. Also für mich riecht Radiant Nectar entwickelt nach einer süßen, saftigen, juicy Birne mit Moschus ohne seifige Note. Sehr süß, fruchtig, aquatisch. Hat was ganz Zartraues weit im Hintergrund durch die Tabakblüte drin. Und hat eben für mich so eine leichte, verwässerte Honignote noch mit drin. Für meine Nase. Das riecht zumindest so. Ich finde den toll. Ich finde den toll. Für mich ist Radiant Nectar definitiv einer meiner allerliebsten Düfte für den Frühling und auch für den Sommer. Ich finde, der geht auch sehr gut im Sommer. Auch hier, wenn es nicht ganz so heiß ist. Da der halt schon recht süß ist, finde ich. Ich liebe diesen Duft. Leider habe ich auch mit Radiant Nectar das Problem, dass er jetzt nicht so gut performt auf meiner Haut. Nicht so gut hält. Ich habe auch ungefähr 5 Stunden, ca. 50 Stunden. Dann ist er so langsam weg. Ist aber ein schöner Duft. Zudem habe ich auch schon ein Kompliment von meinem Mann bekommen. Ich habe ja schon erzählt, mein Mann ist nicht so für Parfum. Der ist da nicht so in the mood, in the game. Er trägt selber auch kein Parfum. Er mag das nicht. Es ist selten, dass ich von ihm ein Kompliment zu einem Duft bekomme. Aber hier hat er gesagt, boah Schatz, du riechst heute aber so, so gut. Der Duft ist richtig toll. Ja, Radiant Nectar ist auch wirklich ganz toll und eine absolute Liebe von mir. Und gerade im Frühling und Sommer finde ich den richtig, richtig schön. Dann kommen wir nun zum nächsten Duft. Hier wird es euch nicht wundern. Und zwar Lacoste Pour Femme von Lacoste. Ja, der musste hier in das Video rein. Ich denke, das war euch eh schon klar, dass der mit in dieses Video kommen wird. Der ist richtig toll. Das ist für mich einer der schönsten, gepflegtesten Düfte, die es für mich gibt. Der hat nämlich auch absolut nichts Seifiges. Wir haben hier eine sehr schöne Fräse hier drin. Hibiskus ist hier drin. Wir haben Sandelholz hier drin. Hautakkord ist hier drin und noch viele, viele, viele andere Noten. Das Tolle an diesem Duft finde ich, erstens, er hat eben nichts Seifiges und den sprüht ihr auf. Und der ist sofort im Opening schon cremig. Der hat keinen alkoholischen Start und ist sofort im Opening cremig. Ist auch leicht pudrig, aber eher cremig als pudrig, würde ich jetzt sagen. Der hat etwas Florales. Ich finde die floralen Komponenten aber sehr weich. Ich finde auch, dass der später entwickelt auf der Haut so etwas von Skin hat, von Haut, eben durch den Hautakkord, der da mit drin ist. Der kriegt im Opening eine ganz zarte, süßliche Note. Ganz zart. Im Duftverlauf kommt die ein bisschen mehr durch. Und ich finde, wenn der entwickelt ist, dann riecht man mit dem eingecremt, ohne seifige Note, sehr cremig, ein bisschen pudrig, mit einer angenehmen, süßen Note drin. Der ist aber nicht zu süß. Ach, ich finde den toll. Ich finde den so schön. Wenn ich nach einem cremigen Duft gefragt werde, ohne seifige Note, mit dem man auch nicht wirklich einparfümiert riecht. Das ist der Duft, der mir sofort in den Kopf schießt. Ich finde den fantastisch. Von der Performance her ist es okay. Also ich habe ungefähr fünf Stunden mit ihm. Dann verabschiedet er sich auch so langsam. Zumindest nehme ich ihn dann nicht mehr wahr. Dennoch ist es ein wunderschöner Duft. Und ich sage es immer wieder, mit diesem Duft riecht man nicht einparfümiert, sondern frisch eingecremt. Der ist so schön. Der ist cremig, süß, aber nicht zu süß, leicht pudrig, gepflegt, ohne seifige Note. Der ist einfach toll. Der ist so toll. Ich kann ihn euch immer wieder ans Herz legen, wenn ihr einen Duft sucht, mit dem ihr nicht einparfümiert, sondern frisch eingecremt riecht, ohne seifige Note. Dann ist das euer Go-To. Schaut ihn euch mal an. Der ist wunderschön. Der nächste Duft, den ich abgöttisch für den Frühling liebe, wäre Ari M. von Ariana Grande. Das ist eine absolute Liebe von mir. Den hatte ich jetzt im Winter draußen, um den mal an kalten Tagen zu testen. Ja, da ist er auch schön. Aber da gibt er mir nicht so viel. Aber für den Frühling finde ich den toll. Oh Gott, der ist so schön. Der Duft ist so wunderschön. Wir haben hier einen Lavendelduft. Ich finde die Lavendelnote in diesem Duft aber mega schön. Die ist definitiv nicht ätherisch. Ich finde, diese Lavendelnote hat was Krautiges, aber nur ein Mh. Wirklich nur ein Mh. Für mich ist es eher eine süß-pudrige Lavendelnote. Dann haben wir hier auch Marshmallow drin. Ich glaube, Quitte war noch hier drin. Salzkaramell war noch drin. Ich glaube, Tonkabohne war in der Basis noch drin. Ich liebe den. Der ist richtig toll. Wenn ihr den aufsprüht, dann habt ihr schon diesen... Doch, ich würde schon sagen, man hat diesen süß-pudrigen Lavendel, der ganz zartkrautig ist. Der hat auch, finde ich, schon so ein bisschen was von Gourmand durch Marshmallow. Ich finde auch, dass man das später im Duftverlauf und auch entwickelt auf der Haut riecht. Der ist, wenn der entwickelt ist auf der Haut, ein richtig toller, süß-pudriger Marshmallow-Duft. Auch entwickelt auf der Haut hat der aber von dieser Krautigkeit oder Krautigkeit nicht viel. Wirklich nur ein Mh. Der ist eher süß-pudrig, dieser Lavendel. Dann haben wir die Gourmandnoten von Marshmallow, ein bisschen Karamell. Der hat aber definitiv auch was ganz zartsalziges, das im Hinterkund. Und meiner Meinung nach sorgt diese Note dafür, dass der Duft nicht zu süß wird. Der wird schon süß, aber meiner Meinung nach nicht klebrig süß. Der zieht euch nicht die Blomben, wenn ihr den riecht. Definitiv nicht. Oh, ich finde den richtig toll. Ich finde, wenn der entwickelt ist, hat der schon einen gourmandigen Einschlag. Der hat aber, finde ich, entwickelt auf der Haut auch so ein bisschen was Kuscheliges, meiner Meinung nach. Ich finde REM wunderschön. Für mich schreit er eher Frühling. Ich finde ihn auch noch an etwas wärmeren Herbsttagen ganz schön, wenn wir so Temperaturen haben wie im Frühling. Im Sommer finde ich ihn zu viel. Und im kalten Herbst, Winter ist er mir zu wenig. Da gibt er mir nicht so viel. Das ist für mich wirklich ein Duft, der hervorragend in den Frühling passt. Oder eben in den etwas wärmeren Herbst, wenn wir so Temperaturen im Herbst haben wie im Frühling. Dann liebe ich diesen Duft abgöttisch. Ich finde den wirklich richtig toll. Die Performance und die Haltbarkeit finde ich ganz gut. Ich habe so sechs Stunden ungefähr. Kann ich mich jetzt nicht beschweren. Das ist auch ein Duft, da habe ich auch schon Komplimente für bekommen. Den finde ich ganz toll. Ich weiß auch, dass es Schnuckelmäuse von euch gibt, die den Duft aufgrund meiner Empfehlungen gekauft haben und den auch wunderschön finden. Gern geschehen, ich habe euch sehr gerne angefixt, meine Lieben. Ich finde den wunderschön und wie gesagt, für mich eine absolute, absolute Liebe im Frühling. Der nächste Duft wird euch mit Sicherheit auch nicht wundern. Und zwar Softwater von Perfume Palor. Ja, dass der Duft eine absolute Liebe von mir ist, das wisst ihr. Ich finde den Granata, der ist so toll. Dieser Duft erinnert mich an Gentle Fluidity Gold. Der geht so ein bisschen in die Richtung Gentle Fluidity Gold. Oh, und ich finde den mega schön. Der ist wirklich so schön. Wir haben hier einen frischen, süßwürzigen, aromatischen Vanilleduft. Wir haben hier Vanille drin, Muskatnuss ist hier drin, Wacholderbeere haben wir hier drin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Moschus noch mit hier drin war in der Basis. Ich finde den toll. Also ich muss ja sagen, Gentle Fluidity Gold ist für mich einer der schönsten Vanilledufte überhaupt. Ich hatte ein Sample hier. Boah, der ist toll. Und Softwater von Perfume Palor erinnert mich schon stark an Gentle Fluidity Gold. Der ist aber noch ein bisschen anders. Gerade im Opening, finde ich, ist Gentle Fluidity Gold würziger. Der hier ist schon im Opening ein bisschen süßer. Ja, und wenn die sich dann mal auf der Haut entwickelt haben, erinnert der mich wirklich sehr an Gentle Fluidity Gold. Ich finde den richtig toll. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Duftzwilling ist, denn meiner Meinung nach riechen Duftzwillinge ja identisch. Und das tut er eben nicht. Alleine im Opening halt schon nicht. Von daher würde ich den jetzt nicht als Duftzwilling betiteln. Er erinnert mich aber sehr an Gentle Fluidity Gold. Oh, ich finde den ganz toll. Man hat im Opening schon eine schöne Vanillenote. Die ist aber nicht zu übermächtig. Ich finde die Vanille in diesem Duft generell eher ein bisschen, ich sag mal, leichter. Dann ist der im Opening schon süßwürzig. Ich würde ihn im Opening aber eher ein bisschen würziger als süß beschreiben. Hat was Frisches, Aromatisches schon im Opening. Im Drydown kommt die Vanille ein bisschen mehr durch. Dieses Würzige tont sich ein bisschen runter. Der Duft wird ein bisschen süßer. Der bleibt aber immer aromatisch. Der hat immer was Frisches mit drin, finde ich. Ja, und auch entwickelt auf der Haut ist Softwater mega schön. Das ist ein richtig toller Vanilleduft. Hat was Frisches, Aromatisches, süß, würzig. Der ist ganz toll. Ich liebe Softwater. Die Performance von dem finde ich auch super. Ich sagte ja schon, auf meiner Haut. Performen und Halten. Die Düfte von Perfume Palor wirklich Bombe. Ich habe mit Softwater auf meiner Haut um die 8 Stunden, 7 bis 8 Stunden, je nach Duft, kann ich mich nicht beschweren. Und dann auch die Performance allgemein. Sie ja, wirklich gut. Ich glaube, ich hatte bis jetzt noch keinen Duft von Perfume Palor auf der Haut getestet, der keine gute Haltbarkeit und keine gute Performance hatte. Ich glaube, das hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich habe ja auch so ein paar Leute mit Perfume Palor infiziert. Also ich weiß, dass es welche gibt. Die haben jetzt auch dann das erste Mal bei Perfume Palor bestellt und haben mir berichtet, dass sie auch begeistert sind von Perfume Palor, von den Düften, von der Haltbarkeit Performance. Auch hier. Gerne geschehen. Gerne geschehen. Ja, ich finde Perfume Palor wirklich auch super. Und Softwater ist ein Duft. Der darf bei mir definitiv nie fehlen. Das ist eigentlich ein Duft, den trage ich das ganze Jahr über, außer jetzt vielleicht im Sommer da nicht unbedingt. Aber Frühling, Herbst und Winter, ich trage den auch sehr gerne im Winter. Jetzt nicht unbedingt an knackig kalten Tagen, aber wenn es kühler draußen ist im Winter, dann trage ich den auch gerne. Heißt, ich habe Softwater natürlich auch im Winter auf meinem Parfum Regal stehen. Das ist eine absolute Liebe von mir und für den Frühling sowieso. Der nächste Duft, der bei mir im Frühling nicht fehlen darf, wäre meine Liebe Kenzo Flower Lelixia. Den liebe ich abgöttisch und ich kann es immer wieder sagen, es ist so eine Schande, dass dieser Duft eingestellt wurde. Ich mag die anderen Flower Düfte von Kenzo ehrlich gesagt nicht so, aber den finde ich mega schön. Oh Gott, der ist richtig toll. Kennt ihr Kenzo Flower Lelixia? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den findet, ob ihr auch der Meinung seid, dass der bombastisch ist und dass der von den ganzen Flower Düften von Kenzo der schönste ist. Ich finde den fantastisch. Oh, der ist so schön. Wir haben Himbeere in dem Duft. Mandarine, Rose, Vanille, Praline. Oh Gott, der ist fantastisch. Der ist fantastisch. Im Opening haben wir Mandarine gepaart mit Himbeere. Ich finde, dass der Duft im Opening schon so ein bisschen was Zitrisches hat, meiner Meinung nach. Aber im Drydown, finde ich, auf meiner Haut legt sich das Zitrische und entwickelt habe ich das irgendwann eigentlich so gar nicht mehr. Du lieber Gott, der ist so schön. Für mich riecht Flower Lelixia entwickelt auf meiner Haut nach einer wunderschönen, fruchtig, süßen Himbeere gepaart mit einer sehr schönen Mandarine, die jetzt aber nicht zu zitrisch ist. Also ihr dürft euch die jetzt nicht im Sinne von einer grünen Mandarine vorstellen, schon eine orangene Mandarine, die auch reif ist, die auch eine schöne Süße mit sich bringt. Mit einem Hauch Vanille, einem Hauch Praline. Und ich finde auch, dass der Duft so ein bisschen was Pudriges hat. Der ist richtig toll. Der ist richtig toll. Bei Fragrantica, meine ich, ist sogar pudrige Note gelistet. Bei Parfumo, meine ich nicht. Ich finde aber schon, dass der so ein bisschen was Pudriges hat. Also diese fruchtig-süße Himbeere gepaart mit Mandarine, einem Hauch Rose, einem Hauch Vanille, einem Hauch Praline. Und das alles ist mit ein bisschen Puder bestäubt worden. Der ist so schön. Gott, der ist so fantastisch, dieser Duft. Ich liebe den, ich finde den ganz, ganz toll. Und wie gesagt, absolute Schande, dass dieses Schmuckstück eingestellt wurde. Eingestellt? Eingestellt wurde. Ich finde das sehr, sehr schade. Ich habe jetzt auch schon mitbekommen von anderen, die mich angeschrieben haben und auch der Meinung sind, dass es so schade ist, dass der eingestellt wurde. Der ist richtig toll. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, kennt ihr den? Flower, Kenzo, Lelixir? Kennt ihr auch die anderen aus der Flower-Range von Kenzo? Und findet ihr auch, dass der Flower-Lelixir der schönste ist von allen? Da würde mich eure Meinung auch mal sehr interessieren. Ja, Haltbarkeit-Performance hatte ich ja schon mal angesprochen, schon mehrfach. Ich finde die jetzt nicht so gut, auf meine Haut zumindest nicht. Ich habe so fünf, sechs Stunden mit dem, dann rieche ich den nicht mehr wirklich. Auf den bin ich auch noch nie angesprochen worden. Ich vermute schon fast, dass der halt auch wirklich keine gute Performance hat. Von anderen um mich herum wahrscheinlich dann auch nicht so wirklich wahrgenommen wird. Dennoch ganz, ganz toller Duft. Ich liebe den wirklich sehr. Ja, meine Flasche hier, ich glaube, das waren 30 Milliliter. Ja, 30 ist fast leer. Also der ist nur noch ungefähr voll bis, ja, bis, sieht man es? Bis da ungefähr. Also es ist nicht mehr so viel drin in dem Schätzchen hier. Das ist ein Duft, den würde ich mir auch immer wieder nachkaufen, aber leider gibt es den ja nicht mehr. Und auch hier und wenn, dann privat zu hohen Rentenpreisen. Und das bin ich nicht gewillt auszugeben. Dennoch liebe ich den Duft wirklich sehr. Und ich kann den im kalten Herbst-Winter nicht tragen, weil der mir zu wenig Performance hat. Das ist für mich wirklich ein Duft, den ich absolut im Frühling liebe. Oder auch hier an etwas wärmeren Herbsttagen mit Temperaturen, so wie im Frühling ungefähr. Dann finde ich den ganz toll. Und das war mir auch direkt schon klar, als ich das Video geplant hatte, dass der hier mit rein muss. Dann kommen wir zur nächsten Liebe für den Frühling. Und zwar Olympia Solar von Paco Rabanne. Den finde ich auch im Sommer sehr schön. Aber im Frühling, oh mein Gott, finde ich den auch toll. Ich weiß gar nicht, ob ich den in meinem Favoriten-Video für den Frühling letztes Jahr mit drin hatte, was Parfum betrifft. Ich weiß es gar nicht mehr. Hatte ich den da schon? Ich kann natürlich nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, der ist so schön. Und Leute, falls ihr den noch nicht getestet habt, weil ihr dachtet, nee, ein weiterer salziger Olympia-Doof, testet den mal. Der hat keine Vanille, der hat keine salzige Note. Das riecht nicht nach Olympia. Ihr werdet überrascht sein, das ist ein komplett eigenständiger Duft. Der hat gar nichts von Olympia. Der ist so schön. Oh mein Gott, wir haben hier in dem Duft eine wunderschöne Orangennote. Nicht Orangennote, Orangenblütennote. Mandarinen-Schale. Ilang, Ilang. Ihr wisst, ich liebe Ilang, Ilang. Tiare ist noch hier drin. Ringelblume ist hier drin. Benzori ist hier drin. Hier ist auch Tannenbalsam drin. Aber der hat nichts Ätherisches, nichts von Tanne. Ja. Wir haben im Opening eine wunderschöne Orangenblüte. Der hat auch so ein bisschen was Mandariniges, finde ich, drin. Der hat schon eine gute Süße im Opening drin, der ist aber nicht zu süß. Im Drydown auf meiner Haut kommen Tiare und Ilang Ilang durch. Wobei ich finde, meine Nase pickt auf meine Haut eher die Ilang Ilang raus als Tiare, was gut ist. Denn Tiare und ich sind auch nicht unbedingt die besten Freunde. Deswegen bin ich ganz froh, dass die Ilang Ilang Note auf meiner Haut schön durchkommt. Die, die mir schon länger folgen müssen, Ilang Ilang ist eine meiner liebsten floralen Noten. Oh mein Gott, der ist so schön. Der behält auch weiterhin eine schöne Süße, fruchtige Mandarine, wunderschöne Orangenblüte. Der entwickelt auch irgendwann so was leicht Warmes auf der Haut. Das ist durch die Benzoe-Note. Ich habe schon so oft gesagt, Benzoe gibt, finde ich, eine schöne Wärme in Düfte rein. Das hier kriegt der auch irgendwann. Oh Gott, der ist richtig toll. Der ist so schön und auch entwickelt auf der Haut. Hat man mit Olympia Solar oder habe ich auf meiner Haut, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, das ist so, wie ich den Luft auf meiner Haut empfinde. Das heißt nicht, dass der auf eurer Haut auch so riecht. Deswegen testet dürfte bitte immer vorher noch auf eurer Haut. Auf jeden Fall auf meiner Haut entwickelt habe ich einen wunderschönen Mix aus Orangenblüte und Ilang Ilang. Der hat ein bisschen was fruchtig-mandariniges drin, was wärmendes durch Benzoe. Der hat eine schöne Süße, ist aber nicht zu süß. Und ich finde, der kriegt auch einen leicht cremigen Touch auf meiner Haut. Viele schreiben und sagen, der riecht irgendwann total nach Sonnencreme. Auf meiner Haut nicht. Der kriegt zwar was leicht cremiges, der riecht für mich aber nicht nach Sonnencreme auf meiner Haut. Ich finde den so schön. Ich liebe Olympia Solar, der ist richtig toll. Ich finde auch die Haltbarkeit und die Performance von dem Duft wirklich gut. Wenn ich mich mit dem morgens einsprühe, bin dann zur Arbeit gefahren, habe ich den nachmittags noch sehr gut gerochen. Ich liebe den, der ist ganz, 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 ganz toll. Und nochmal ein Appell an euch. Falls ihr dachtet, nee, ist ein Olympia, salzig, nee, braucht kein Schwein. Doch, den braucht man meiner Meinung nach. Testet den bitte mal. Der ist richtig schön. Der hat keine Vanille, keinen Salz. Das ist ein komplett eigenständiger Duft. Und der ist wunderschön. Und eine absolute große Liebe von mir. Eine weitere Liebe für den Frühling wäre Private Show von Britney Spears. Ja, der musste natürlich auch mit in dieses Video. Ich liebe den Duft. Das ist ein richtig toller Gourmand. Ich finde den wunderschön. Du lieber Gott. Der ist so schön. Der ist so schön. Es ist ein Gourmand. Der ist für mich aber nichts für den kalten Herbst und Winter. Da ist der mir zu lasch. Ich finde nämlich, dem fehlt es ein bisschen an Power. Aber für den Frühling. Für mich ist das ein absoluter Frühlingsgourmand. Ich liebe den im Frühling. Wir haben hier in dem Duft Noten von Nektarine. Clementine ist hier drin. Wir haben auch Sahne hier drin. Dulce de Lecce ist hier drin. Und war das Kaffee oder Cappuccino? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Im Endeffekt ist es auch Wurst. Weil egal ob Kaffee oder Cappuccino. Meine Nase pickt diese Note nicht sonderlich deutlich heraus. Auch nicht entwickelt auf der Haut. Der startet schon fruchtig süß mit Nektarine und Clementine. Der bleibt auch immer fruchtig und süß. Es kommt auch irgendwann auf der Haut die Dulce de Lecce Note raus. Ich sagte ja, Dulce de Lecce ist eine milchig karamellige Süßspeise. Ich weiß jetzt gar nicht, ist sie aus Spanien? Ich hatte das mal gegoogelt. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ist Dulce de Lecce eine milchig karamellige Süßspeise. Und der Duft, der kriegt auch irgendwann im Trydown auf der Haut so was milchig karamelliges mit rein. Das ist aber keine Karamellbombe. Also nicht pures Karamell, sondern eher so milchiges Karamell. Dann hat der auch so was leicht Sahniges mit drin. Der ist richtig toll. Der ist fantastisch. Und entwickelt auf meiner Haut ist Private Show auch ein richtig toller Gourmand. mit den fruchtigen Noten von Nektarine und Clementine. Mit diesem milchig karamelligen Dulce de Lecce. Der hat so ein bisschen was Sahniges drin. Der ist recht süß. Ich finde ihn aber nicht zu süß. Ich hatte schon wesentlich süßere Düfte unter der Nase. Und diese Kaffee- oder Cappuccino-Note, die hier drin ist, ich glaube Kaffee war es, die kriege ich nicht wirklich. Weder im Opening, noch im Drydown, noch entwickelt auf der Haut. Ich finde den fantastisch. Die Performance finde ich so lala. Ich habe so fünf Stunden ungefähr, allerhöchstens sechs Stunden. Dann ist der für meine Nase auch schon weg. Ist schade. Könnte ein bisschen mehr Wumms haben. Aber gut, wie gesagt, dafür, dass er nicht ganz so viel Wumms hat, ist es, finde ich, ein schöner Gourmand für den Frühling. Ja, da habe ich auch schon von einer Arbeitskollegin ein Kompliment bekommen. Ich hatte es euch ja schon mal erzählt. Ich habe den zur alten Arbeit getragen. Und meine Kollegin hat mich halt morgens gerochen, als wir unten in der Umkleide waren und so Sachen weggebracht haben. Und sie hat mich gerochen und sagte wirklich wortwörtlich, boah, du riechst brutal geil. Der ist richtig toll. Ja, jemand sagte mir ja, der wäre eingestellt worden. Das wäre echt schade. Also wenn das so ist, wäre das echt schade. Und ich habe schon so oft gesagt, Gott und die Welt fliegt auf Fantasy von Britney Spears in dieser rosanen Kugel mit den Strasssteinen. Ja, der ist schön. Das ist halt ein Cupcake-Doof. Der hat so ein bisschen was von weißer Schokolade, ein bisschen was von Kiwi noch mit drin. Der ist schön, ja. Aber mir gefällt Private Show wesentlich besser. Und ich hatte es schon mal, meine ich, in einem Video gefragt. Ich frage es nochmal, falls neue Zuschauer, Zuschauerinnen dazugestoßen sind. Kennt ihr Private Show von Britney Spears? Also nicht VIP Private Show, sondern Private Show und Fantasy von Britney Spears in der rosanen Kugel. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welcher Duft gefällt euch denn besser? Seid ihr eher Team Fantasy oder Team Private Show? Ich bin absolut Team Private Show. Absolut. Dann kommen wir nun zu einer weiteren Liebe für den Frühling. Und zwar Wanted Girl von Asavo. Ich denke euch war schon klar, dass der mit hier in dieses Video reinkommt. Das ist für mich ein ultimativer Frühlingsduft. Ich liebe den Duft ja generell. Kalten Herbst und Winter habe ich ihn schon mal getragen. Gibt er mir nicht so viel. Der schreit für mich Frühling. Ich finde den richtig toll. Der ist richtig toll. Wir haben hier auch einen Orangenblütenduft, aber auch hier finde ich die Orangenblüte sehr schön. Wir haben auch Granatapfel, meine ich, im Opening. Ingwer oder Ingwerblüte. Das riecht man auch. Man hat im Opening Orangenblüte. Granatapfel kriege ich nicht. Der hat aber Ingwer. Der hat so eine Ingwer-Schärfe mit drin im Opening. Ich finde das Opening ganz gut, muss ich sagen. Ich bin aber froh, dass sich im Drydown diese Schärfe, diese Ingwer-Note runtertont. Da bin ich wirklich froh, weil dann wird der Duft richtig toll. Wir haben auch Dulce de Lecce in diesem Duft. Ich habe es euch schon so oft gesagt. Ich liebe Dulce de Lecce als Note in Parfums, weil sie eben vom Duftcharakter her etwas milchig-karamelliges in den Duft mit reingibt. Und das haben wir hier auch, genau wie bei Private Show. Wir haben auch im Drydown eine richtig tolle Orangenblüte. Diese Schärfe, die Ingwer-Note, tont sich runter. Dulce de Lecce kommt definitiv durch, was dann so etwas milchig-karamelliges reingibt. Und ich finde, dass der später, wenn er entwickelt ist auf meiner Haut, da kann ich nicht aufhören, dran zu riechen, ich finde, wenn der auf meiner Haut entwickelt ist, habe ich eine wunderschöne Orangenblüte gepaart mit Dulce de Lecce. Eine milchig-karamellige Orangenblüte. Wundervoller Duft. Der hat auch was Süßes, ist aber nicht zu süß. Diese Würze, die Ingwer-Note, habe ich irgendwann entwickelt auf der Haut gar nicht mehr. Der drifte die Gourmand-Schiene ab irgendwann. Der ist richtig teuer. Es ist so ein floraler Gourmand, würde ich es mal beschreiben, irgendwann entwickelt auf der Haut. Ich finde den mega schön. Ich finde den mega schön. Haltbarkeit, Performance von dem finde ich wirklich gut. Also sechs, sieben Stunden habe ich Minimum mit dem. Ist ein richtig toller Duft für den Frühling. Hier weiß ich auch schon, es gibt Schnuckelmäuse von euch, die haben mir den Duft auch nachgekauft, aufgrund meiner Empfehlungen, weil ich so von ihm schwärme. Und auch ihr seid begeistert von diesem Duft. Auch hier, gern geschehen. Ich habe euch das schon gesagt. Ich fixe euch gerne an. Ihr fixet mich ja auch immer an. Das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Wir fixen uns ja gegenseitig an. Ja, ich finde den mega schön. Schreibt mir auch hier gerne mal in die Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt, habt ihr den Duft auch getestet. Wie findet ihr ihn auf der Haut? Gefällt er euch? Ja, wie findet ihr ihn? Falls er euch nicht gefällt, schreibt es auch gerne mal rein. Es gibt mit Sicherheit auch Näschen unter euch, die finden wir nicht so schön. Ich habe es auch schon so oft gesagt und ich sage es jetzt auch wieder, ich finde es so schade, dass man ihn nicht oft in deutschen Videos sieht. Der fliegt so ein bisschen unterm Radar. Ich finde es sehr, sehr schade, denn der Duft ist wirklich fantastisch. Dann kommen wir nun zum letzten Duft meiner Top Ten Frühlingsdüfte. Meine absolute Frühlingsliebe. Und zwar sie von Giorgio Armani. Ich denke, auf den haben jetzt schon viele gewartet, denn ich habe ja einige Stuckelmäuse, die folgen mir schon länger oder sind schon länger Abonnent, Abonnenten meines Kanals. Und ich denke, ihr habt da drauf gewartet, dass ich den in die Kamera halte. Das war ja eigentlich klar. Der Duft schreit für mich, Frühling. Ach, ich liebe sie. Ich liebe sie. Hier ist im Opening schwarze Johannisbeere. Das kriegt man auch. Bei Parfumo sind jetzt Mairose gelistet. Ich glaube, Jasmin und Neroli. Bei Fragrantica im Herzen Mairose und Fräsiere. Und meiner Meinung nach ist hier Fräsiere drin. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass bei Parfumo nicht immer die Noten stimmen. Denn wenn ich Düfte dann mal google und auch auf amerikanischen Seiten sind oft etwas andere Duftnoten gelistet, als bei Parfumo zum Beispiel. Dann stimmen die Noten in den amerikanischen Shops mit denen von Fragrantica auch überein. Von daher, mit Rose gehe ich mit. Aber Jasmin, Neroli, also für mich hat der was von Fräsiere. Ich finde schon. Den muss ich mal gerade sprühen. Den muss ich mal gerade sprühen. Ach, der ist so schön. Wirklich, Leute, der ist so schön. Ja, man hat im Opening schwarze Johannisbeere. Fruchtig, der hat schon ein bisschen was Süßes. Ich würde aber auch schon sagen, dass der so was ganz zahlzäuerliches drin hat. Bei Parfumo ist im Opening auch Mandarine, meine ich, gelistet. Das könnte sein. Bei Fragrantica ist Mandarine nicht gelistet. Es könnte sein, dass hier noch so ein Mühchen Mandarine mitschwingt. Ich finde, man hat auch später am Drydown die floralen Komponenten. Man hat schon Rose. Ich würde aber eher sagen, dass hier Fräsiere mit drin ist. Ich weiß jetzt nicht, welche Noten ich euch einblenden werde, ob die von Parfumo oder von Fragrantica. Falls es die von Parfumo sind und ich rede von Fräsiere, weil ich auch der Meinung bin, dass ich da so ein Mühchen Fräsiere mit rausrieche. Also lasst euch da nicht irritieren. Aber das kommt eh immer darauf an, was ihr wahrnehmt. Es kann ja auch sein, dass ihr sagt, schwarze Johannisbeere kriege ich nicht. Ich kriege eher Mandarine im Opening. Also das ist Ansichtssache. Ich habe auf jeden Fall schwarze Johannisbeere mit einem Mühchen Mandarine. Das würde ich schon sagen. Der hat für mich aber später von den floralen Komponenten schon Rose, also Mai-Rose. Ich finde aber auch, dass der so einen Fräsientouch mit drin hat. Also meine Nase pegt die Fräsiere. Schreibt mir hier bitte mal in die Kommentare, ob ihr auch findet, dass der so was für Fräsiere mit drin hat. Das würde mich mal interessieren. Oder ob meine Nase hier spinnt. Dann haben wir hier auch noch in der Basis Hölzer, Patchouli, Vanille. Ich finde, das kriegt er später auch. Also für mich ist sie für mich ist sie entwickelt auf der Haut. Ein wunderschöner Mix aus was Rosigem, bisschen Fräsiere. Man hat die schwarze Johannisbeere mit dabei. Der hat weit im Hintergrund, helle Hölzer, wirklich weit. Also das ist kein holziger Duft. Der kriegt was leicht Vanilliges mit rein. Es ist aber auch kein Vanilleduft. Also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Vanilleduft bezeichnen. Es ist für mich schon ein floraler Duft, der begleitet wird, weit im Hintergrund von hellen Hölzern, der leicht untermalt wird von Vanille. Die Patchouli-Note hier drin, die kriege ich eigentlich nicht sehr stark. Also auch entwickelt auf der Haut, finde ich die jetzt nicht sehr übermächtig. Die schwingt da so ein bisschen mit. Die untermalt den Duft auch so leicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die eher dazu dient, dass der Duft ein bisschen besser hält. Patchouli geht, ja, jetzt kriege ich schon wieder Wort für Nussstörungen. Patchouli wird ja oft auch in Düfte reingegeben, um die etwas haltbarer zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei diesem Schätzchen hier auch so ist. Auf meiner Haut nehme ich nicht sehr lange wahr. Ich habe so fünf Stunden, allerhöchsten sechs Stunden, dann ist der für meine Nase weg. Ich habe aber schon gesagt, andere haben den aber noch an mir wahrgenommen. Da bin ich dann auch schon darauf angesprochen worden, wie gut ich riechen würde, was ich trage. Und da hatte der Duft auf meiner Haut schon einige Stunden auf dem Buckel. Also wie gesagt, scheinbar nehme ich ihn dann nicht mehr so gut wahr oder gar nicht mehr wahr. Aber Personen um mich herum schon. Ich liebe, 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 das ist sie. Ich finde den Duft toll, ich vergöttere sie. Ich kann den aber im kalten Herbst und Winter nicht tragen. Da ist der mir zu wenig. Da trage ich dann gerne sie in Tons aus dem Jahr 2021. 2021 steht auch hinten am Regal. Jetzt im Frühling kommt dann sie in Tons 21 raus und der erste sie, der klassische sie, kommt dann ins Regal. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich liebe, liebe, liebe ihn. Ich liebe ihn, der ist richtig toll. Ich finde sie ist für mich auch ein eleganter, klassischer Duft. Ja, also definitiv elegant und klassisch. Ich finde den ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon gesagt habe, dass es eine große Liebe von mir ist. Ach, habe ich es schon erwähnt? Das war's. Ihr habt jetzt meine Top 10 Parfums gesehen für den Frühling 2024. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was sind denn eure Top-Düfte für den Frühling? Welche Düfte verkörpern für euch Frühling? Welche Düfte liebt ihr im Frühling? Lasst es mich sehr gerne mal in den Kommentaren wissen. Kann ja sein, dass was dabei ist, was ich hier gezeigt habe. Habe ich irgendwas gezeigt, was euch nicht so behakt? Auch gerne ab in die Kommentare damit. Interessiert mich natürlich auch, ob jetzt vielleicht irgendwas hier in dem Video aufgetaucht ist, wo ihr sagt, ich mag mein Näschen nicht so. Dürft ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich, wie gesagt, freue mich unfassbar darauf, dass der Frühling um die nächste Ecke wartet. Ich kann es kaum erwarten. Ich werde jetzt Ende Februar, Anfang März. Wir haben heute, den haben wir denn heute? 25. Februar? 24. oder 25. Februar haben wir jetzt. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann kommendes Wochenende, da haben wir dann Anfang März mein Parfumregal umgestalten, alle Winterdüfte raus und alle Frühlingsdüfte rein. Ah, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie sieht das denn mit euch aus? Habt ihr jetzt auch vom Winter die Schnauze gestrichen voll und ihr freut euch auf den Frühling? Sagt mir mal Bescheid und schreibt mir auch sehr gerne mal in die Kommentare, habt ihr auch eine Parfumrotation? Habt ihr bestimmte Düfte, die ihr eigentlich fast nur im Frühling tragt? Habt ihr bestimmte Düfte für den Sommer, bestimmte Düfte für den kalten Herbst, Winter? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch so eine Parfumrotation habt oder ob ihr einfach tragt, wonach euch ist. Ich verabschiede mich jetzt von euch, halte die Ohren steif, macht es gut, ich wünsche euch das Beste und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dann. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020